Siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen, siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Der Adenauer, der macht das schon. Er ist der Kapitän. Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Da draußen läuft ein Mörder frei herum. Mitglied der Waffen-SS. Interessiert es Sie? Sie? Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit. Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande. Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Haben wir eine konkrete Tat? Ein konkretes Opfer? Zehn Millionen Nazis und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Herr Generalstaatsanwalt Bauer, das sind Offizielleristen von der Lagerleitung Auschwitz. Das sind doch Beweise, oder? Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Alle, die dort gedient haben. Das waren doch Soldaten. War doch Ihre Aufgabe. Dieses Land will Zucker kursen. Das will die Wahrheit nicht wissen. Ich würde gerne mithelfen bei den Ermittlungen. Herr Reppmann, Sie werden nicht mithelfen. Sie werden diese Ermittlungen leiten. Mein letzter Fall war vorher nur eine Verhaltung. Ich will wissen, was dort passiert ist. Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ich will, dass dieser Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden. Da wurden umgebracht Hunderttausende. Mängel ist im Buenos Aires. Was ist der Hauptgefehl? Südamerika. Das ist so weit weg. Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden. Von ganz normalen Menschen. Du bist unausstehlich geworden. Du siehst nur noch das Schlechte. Du bist blind. Ich sollte mich vergasen. Sagen Sie endlich die Wahrheit.